Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Wir sind jetzt hier bei der Brücke der Technik. Wieder mal X-Raid und man merkt, Mewtwo mit Spupa lockt die Leute an. Tausend Leute, fünf Gruppen sind schon geplant, das ganze Lobby ist schon voll, eine Welle drin, die zweite Welle kommt gleich. Wir haben halb einen Raid angesetzt, um drei Viertel nochmal die neue Gruppe und in halb sind es schon zwei Leute, also da geht richtig was ab. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich überhaupt reinkomme, weil ich meine App noch gar nicht geladen habe. So, wir stehen jetzt hier. Dann hoffe ich, dass da trotzdem noch Platz ist für einen. Drücken mal hier drauf. 13, fertig. Was musst du denn da sortieren? Hier die Gruppe ist vorne, das geht alles alleine. Das geht doch alles von alleine. War doch richtig so wissli. So, 14 Leute noch in der nächsten Gruppe, da geht es also jetzt schon los. Das Wetter ist auch wunderbar, 28 Grad. Wir drehen uns mal kurz. Ihr seht, wunderbar. Auf das heute schon genagelte T-Shirt an. Stimmung auch wunderbar. Der Bob hat mir mal geholfen. Der hat hier mal mit den Accounts ist er mal mit eingestiegen in die Gruppe rein, dass das alles passt. Ihr seht, alles ist voll. Überall 20 Mann. Hier jetzt auch 20 Mann. Richtig fett. Wir stellen euch dann vielleicht mal aufs Auto, zocken da ein bisschen mit und gucken dann mal, ob da ein Shiny dabei ist. Wir fangen dann, melden um und machen dann noch eine Runde und noch eine Runde. Also, richtig brutal heute. Das ist Sonntag, da haben die Leute Zeit. Da geht es richtig ab. So, da ist also der Erste schon tot. Wir drücken hier mal fix durch und gehen mal rüber, wo die anderen Accounts liegen, ob da was dabei ist. Auf jeden Fall kein Shiny. Lass ruhig liegen. 23, 33. Weiß hier jemand, was das 100er ist? Nein. Jemand ein Shiny? Ja. Na drüben? Gut, Glückwunsch. Wir fangen jetzt erstmal fix und dann müssen wir uns natürlich noch ummelden für die nächste Runde. Erster Ball drin, so kann es natürlich auch gehen. den Mewtwo mit Spukball. Richtig genial. Aus dem letzten X-Ray habe ich ja einen Mewtwo mit Spukball als Shiny bekommen. Hier jetzt nicht. Verteidigung nur auf 14. Das geht natürlich besser, aber wir haben ja noch eine Runde vor uns. Seht also 23,75. Relativ gut. Angriff auf 15. KP auf 15. Verteidigung auf 13. 96 müsste das sein. Richtig genial. Aber jetzt Runde 2. Bob, managst du das mal und geh mal mit den 4 raus. Bitte. Oder warte mal, sind 6 drin jetzt da? Ne, das müssten sie schon schaffen. Die 6er-Karung. Ja, ich wollte eigentlich noch. Ach, der Schicker Ria ist auch am Start. Vielleicht schaffen wir es ja. Mal gucken. So. Richtig chaotisch jetzt natürlich. Stell mich mal hier hin. Weil ich nicht weiß. Ach, nur gut. Es stehen auch Menschen nach. Ich mach einfach so. Weil ich nicht weiß, wer gefilmt werden will und wer nicht. Die eine Gruppe schon voll. Jetzt haben wir gedacht, wir gehen alle noch da rein. 45. Ist natürlich, kam ich mit dem Großen gar nicht mehr rein. Sind mit dem Großen nochmal extra. Jetzt sind hier schon wieder 16. Eben haben wir noch gedacht, wir müssen wieder raus. Nochmal aufspalten. Aber irgendwie funktioniert das alles. Also richtig genial. Da geht auch noch mal einiges. Das sind nämlich alle von drüben mit drin. Kann auch sein. Macht ja nix. Hier geht es nämlich schon ab, wie man sieht. Da wird gekämpft, ohne dass jemand kämpft. Das kämpft von alleine. Das ist ein Bot. Und hier immer noch in der Lobby. Da können wir mal gucken, ob da schon was drauf ist. Während wir immer noch warten. Das ist genial, Bob. So machen wir das. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Guckt mal. Der Bob hat immer den Auftrag, in die Lobby zu gehen und dann zu warten, bis es zu Ende ist. So muss man es machen. Das ist genial. So, das Ergebnis steht fest auf den Kleinen. Ich drehe euch mal rum. 66 ist hier das Beste. Leider kein Shiny dabei. 2305, 2314, 2331. Und auf dem großen kämpfen wir ja noch. Da melden wir uns aber gleich zurück. Und jetzt die große Überraschung. Ist zwar gar nicht mein Account, vom typischen Andy. Aber er spielt ja nicht mehr. Und Pikachu. Das war nur angezeigt. 2351 ist okay. Nur 7 Bälle. Das tut man noch ein. Und so müssten die Raids immer ablaufen. Da wird hier beim X-Raid schon gleich der nächste X-Raid getriggert. Stellt euch das mal vor. 100.000 Accounts an einer Arena. So muss es sein. Wir fangen das noch ein. Hattet ihr heute auch X-Raid. Beziehungsweise gestern. Weil das Video ist dann am Montag online. Und habt ihr ein Shiny bekommen? Habt ihr ein gutes bekommen? Habt ihr vielleicht sogar ein hunderter Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.